Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Version-Clash-Auftrag Woche 8 Nummer 2 und zwar sammle Waffen von eliminierten Spielern ein. Zwei Waffen müssen wir einsammeln. So Leute, hier haben wir einen Gegner gekillt und dann, wenn ihr eine Waffe habt, hier ist es eine Waffe, wir müssen das einfach aufheben. Da haben wir jetzt schon eins von zwei und das wiederholt ihr einfach zweimal. Also ihr könnt auch einen Gegner nehmen, wenn ihr mehr Waffen habt, dann nehmt ihr einfach zwei von ihnen. Wenn ihr nur eine habt, dann nehmt ihr den, kehrt ihr einen anderen, nehmt seine Waffen. Zwei Waffen müsst ihr von einem eliminierten Gegner nehmen und ja, da habt ihr auch den Auftrag abgeschlossen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch verhofft und gefallen. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal, das Glocke, die jetzt keine Videos mehr verpasst. Ich würde euch einfach sagen, war's schon mit dem Video und ciao. Hat rein bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.